So, die perfluorierten Tenside lasse ich mal weg, obgleich die auch eine große Rolle spielen in der aquatischen Nahrungskette, da reicht die Zeit nicht. Ich wollte vielleicht nochmal wegen der Wechselwirkung, dann komme ich auch langsam zum Schluss, wollte ich ganz gerne, ich kann auch langsam nicht mehr reden, wollte ich ganz gerne Ihnen noch einmal zeigen, eine Lebensmittelkontamination. Und das ist eine Reaktion, die wir eigentlich unheimlich schätzen. Das ist die sogenannte Maillard-Reaktion, das ist eine Reaktion, die finde ich faszinierend, die ist von den Berliner Chemikern aufgeklärt worden, die Maillard-Reaktion. Bei der Maillard-Reaktion entstehen die ganzen Aromastoffe, die ganzen Duftstoffe und Geschmacksstoffe entstehen dabei. Es ist also eine Reaktionsvielfalt von Hunderten, Tausenden von Stoffen. Ich glaube, man hat über 700 Stoffe aufgeklärt. Wo es leider Gottes entsteht bei der Maillard-Reaktion auch ein sehr unangenehmes Produkt. Und das ist hier in Kartoffel- und Getreideprodukten das Acrylamid. Das Acrylamid ist auch ein typisches Maillard-Reaktionsprodukt, allerdings eins, was wir nicht so gerne wollen. Denn dieses Produkt, was dabei entsteht, ist eben das Acrylamid, denken Sie dran, aus Getreideprodukten und aus Kartoffelprodukten. So, Ausgangsstoffe, einmal das Asparagin oder die Asparaginsäure und auf der anderen Seite Stärke oder Zucker. Das sind die beiden Komponenten. So, wenn die bei 170 Grad zusammenkommen, ganz kurz noch, ich will Ihnen ja hier keine großen Belehrungen machen, aber passen Sie auf, wenn Sie Ihre Pommes zu Hause machen. Ich finde das wahnsinnig gefährlich, wenn Sie die Pommes in den Herd reinschieben bei 230, 240 Grad. Sie produzieren Acrylamid in rauen Mengen. Und dann bei den Kindern, ganz beliebt, also bei uns ist es ein Praktikumsversuch, wir messen immer die Acrylamid-Menge in den Pommes in Abhängigkeit der Temperatur. Denken Sie dran, das ist also Wahnsinn, was da läuft. Also ich finde das völlig daneben, wenn da die hohen Temperaturen aufgeschrieben sind. 170 Grad ist so die Temperatur, da geht es los mit der Acrylamid-Bildung. Das wollte ich Ihnen einmal zeigen. Jetzt hatte ich Ihnen gesagt, Wechselwirkungen. Und zwar, Wechselwirkungen gibt es, das sehen Sie hier oben ja notgedrungen, mit der Asparaginsäure. Da denkt man natürlich jetzt, wo gibt es denn einen Zusatzstoff, und dann erwähne ich doch nochmal die Süßstoffe, hatte ich eigentlich gar nicht vor. Das gibt natürlich einen Süßstoff, das ist Aspartam. Und dieses Aspartam wird gespalten, deswegen habe ich Ihnen das hier, verdammt nochmal, ich kann es so schlecht sehen hier. Wird gespalten, jetzt rede ich rum? Ja. Wird gespalten in ein Produkt, das steht da ganz oben rechts, ein Spaltprodukt des Aspartams, das ist die Asparaginsäure. So, das heißt also, wenn Sie süßen mit dem Aspartam und Sie machen das heiß, beispielsweise dietetische Kuchen, haben Sie ein Problem. So, und das muss ich dann auch noch eben loswerden, auch wenn die Zeit schon weit fortgeschritten ist. Ich hatte nämlich mal einen dicken Prozess gegen Monsanto, weil ich das, ein Produkt von Ihnen mal niedergemacht hatte, das Aspartam. Das hatte ich spontan in einer Fernsehsendung mal gesagt und habe gesagt, also das Aspartam, das finde ich gar nicht so gut, fragte mich die Journalistin, haben Sie für uns Frauen, die wir immer Probleme mit dem Gewicht haben, irgendeinen bedenklichen Stoff bei den Süßmitteln? Ich sage, ja, Aspartam ist nicht so fröhlich. So, dann habe ich einen dicken Prozess gekriegt und zwar, was ich gar nicht wusste, das Aspartam wird alleine hergestellt, bis vor kurzem, jetzt nicht mehr, von Monsanto. Und Monsanto ist eines der aggressivsten Firmen, die ich überhaupt kenne und die haben mich nach einer Woche schon überzogen mit einem Prozess, ich glaube, dreieinhalb Millionen sollte ich zahlen. Und da hat meine Frau gesagt, jetzt sagst du vor der Kamera kein Wort mehr, du bringst uns von Haus und Hof hier. So, diesen Prozess habe ich aber Gott sei Dank blütenweiß gewonnen. Das finde ich gut, das waren also Richter in Düsseldorf, die haben sich wirklich Mühe gemacht. Ich muss auch sagen, meine ganzen Kumpel in Deutschland, die ganzen Toxikologen haben mir geholfen, die haben alle ihre Erfahrungen zusammengepinselt und haben das dann auch dem Gericht geliefert. Das war also wirklich gut. Ich konnte mir einen Star-Anwalt aussuchen, hat der Klinikchef gesagt, wo kommen wir denn da hin, wenn Sie das nicht mehr sagen dürfen, was Sie meinen. Na gut, ich hatte auch nichts Unsinnliches gesagt. So, und dann bin ich also, wie gesagt, freigesprochen worden. Und dann hatte ich ja immer noch mit Monsanto, weil Sie mich ja wirklich ein bisschen um meine Lebensqualität für einige Wochen gebracht haben, hatte ich immer noch so eine Rechnung offen. Und die sehen Sie hier. Und zwar hatte ich mir überlegt, das ist doch eine günstige Gelegenheit, diese Wechselwirkung von dem Aspartam als Süßmittel und eben der Entstehung von Acrylamid in eben warmgemachten Kuchen zum Beispiel. So, habe ich mir eine Doktorandin gesucht und die hat gebacken, von morgens bis abends und hat dann auch das Acrylamid gemessen. Und ich bin jetzt gerade dabei, ich will das jetzt publizieren. Ich lasse das bloß noch durch einen Lübecker Kollegen und einen aus Stuttgart. Die habe ich ausgesucht. Ich habe gesagt, ich möchte, dass ihr mir das nochmal bestätigt. Backt nochmal ein paar Kuchen. So, und das machen die jetzt. Und wenn die das auch finden, dass da so viel Acrylamid drin ist, dann werde ich das sofort publizieren. Das habe ich mir vorgenommen. So, also das bin ich, glaube ich, schon Monsanto schuldig. Das wollte ich gerne nochmal machen. Also das sieht so aus, das ist sehr wahrscheinlich, dass das so entsteht dabei. Muss ja auch, wäre ja sehr merkwürdig. Warum ist das Acrylamid, das habe ich Ihnen ja vor lauter Jux und dollerei noch gar nicht erzählt. Warum ist das eigentlich so hochgradig toxisch? Wir wissen eindeutig aus Tierexperimenten, dass Acrylamid Lebertumore macht. Punkt. Das ist völlig geklärt, es macht Lebertumore. Bei den Menschen wissen wir das nicht genau. Wir können es aber bis heute nicht freisprechen. Wir haben nämlich Arbeiterkollektive. Das ist das Problem. Diese Arbeiterkollektive sind tatsächlich höher belastet als vielleicht die Normalbevölkerung. Und da sind keine Auffälligkeiten gesehen worden. Allerdings bin ich der Auffassung, ich kenne diese Arbeiten sehr genau, die da gemacht worden sind, dass die insofern nicht vergleichbar sind. Das eine Acrylamid ist über den Artenweg aufgenommen worden. Acrylamid ist ja Ausgangspunkt von Polyacrylamid. Die anderen Acrylamide werden über die Nahrung aufgenommen. Sie haben eine völlig andere Verstoffwechslung. Und ob da nicht irgendwas am Argen ist, mag sein.